Herzlich Willkommen beim Whisky Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Maximum Pete Nr. 16 aus der Spirit & Cask Range. Spirit & Cask ist vielleicht im ein oder anderen Genießer im Begriff, vielen aber wahrscheinlich nicht. Spirit & Cask ist eine Marke des deutschen Whisky Importeurs Whisky Max, ansässig in einem Kaff 15 Kilometer entfernt von Aschaffenburg. Wo drehe ich meine Videos richtig in Aschaffenburg. Also Whisky Max ist bei mir um die Ecke. Haben jede Menge Abfüllungen schottischer Brennereien am Start und unter anderem auch speziellere Abfüllungen, unter anderem eben diesen Maximum Pete. Diese ganzen Spirit & Cask Abfüllungen sind ausschließlich in Deutschland erhältlich. Hier handelt es sich um einen Single Malt Whisky aus einer Islay-Brennerei, welches ist, wird leider nicht verraten. Zwei Hawksites wurden hier zur Abfüllung gebracht, nämlich die Fässernummer 306820 und 306822, destilliert am 21. März 2011 und bottelt 2015. Da schreiben sie kein Datum hin. Er kann jetzt drei Jahre alt sein, er kann aber auch vier Jahre alt sein. Und wenn er wirklich drei Jahre alt sein sollte, dann hat er gerade mal die gesetzliche Mindestreife Zeit, dann würde er drunter liegen, dürfte er sich gar nicht Whisky nennen. Anzahl der Flaschen 881, Alkoholgehalt 59,4 Volumenprozente. Das ist natürlich eine Ansage. Schon die Nummer 16 hier scheint relativ erfolgreich zu sein. Schauen wir mal, das ist ja quasi ein regionales Produkt. Ja, was erwarte ich mir von dem Whisky? Also wenn er drei, vier Jahre alt ist, wird er heftig sein. Nicht nur, weil er 59,4 Volumenprozente hat, nein, dadurch, dass er so jung ist, hat er ein Stück weit auch noch scharfe Bestandteile durch den Brand Intus. Die verliert er erst an das Fass durch die jahrelange Fassreifung. Weil er nur drei Jahre drin hat, wird er noch ein Stück weit diese scharfen Bestandteile drin haben. Viel Fasscharakter wird er auch nicht haben, das sieht man nämlich schon an der Farbe. Viel Brennereicharakter, also viel Rauch. Ja, deswegen heißt er auch Maximum Peat. Also von der Farbe her, der ist eigentlich No Coloring, also keine Farbe. Da ist so eine minimale Farbnuance drin, aber hier durch die Kamera, ich sehe es ja im Fenster, ist er eigentlich klar. Jetzt schauen wir mal. Krasser Rauch. Medizinischer, Phenolischer Rauch. Wenn ich jetzt sagen müsste, wie viel, also es ist schon ordentlich. Also 50 Parts per Million hat er auf jeden Fall in der Produktion gesehen, mit was die Gerste da ausgesetzt war. Wird er die Gerste auf den Malzböden, wird er ausgebreitet und drunter wird Torf angezündet und der Rauch zieht dann hoch. Dann wird der Phenolgehalt in der Luft gemessen und danach wird bestimmt, wie stark rauchiger ist. In dem Fall 50 ppm dürften es auf jeden Fall gewesen sein und 50 ppm sind viel. So eine gewisse malzige Note ist da drin vom Getreide her. Die fällt aber so aus, dass sie mich ein Stück weit an dieses Talkumpuder erinnern, das es in der Turnhalle gibt, mit dem die Typen hier, die Athleten sich hier die Hände da ein fetten. Danach riecht es ein Stück weit. So eine gewisse Kräuternote steigt da noch hoch, die ist aber ganz schwach. Und vom Fass merke ich hier gar nichts. Also keine Vanille, keine Würzigkeit, schon gar keine dunklen Früchte. Rockset sind ja eh Ex-Bourbonfässer quasi, also da war kein Sherry vorher drin. So ein minimal floral, also ganz zarte, blumige Töne. Aber alles Brennereicharakter. Der starke Rauch, diese leichten Kräuter, das was mich, also diese Malzigkeit, die mich an das Talkumpuder erinnert, Brennereicharakter. Und diese Blumigkeit, Brennereicharakter. Ich hau mir den jetzt mal auf die Zunge, der wird mir wahrscheinlich die Schuhe ausziehen. Slange. Den Alkohol habe ich im Mund schon gemerkt, da prickelt alles. Also den Alkohol spürt man deutlich, dann ist so eine Röstbrotnote, die mit dem Rauch so einhergeht. Ein bisschen Jod klettert er da über die Zunge von vorn nach hinten. Minimal diese Kräuternote. Aber da ist keine Süße da. Da ist auch keine Eiche da. Und der Abgang lang, aber durch den Alkohol geschuldet. Was ich hier im Abgang so langsam, was da verblasst ist, das was ich sofort geschmeckt habe. Ja. Also mit der Erwartung, mit der ich da rangegangen bin, ja. Das hat er mir auch im Geschmack und in der Nase geboten. Ich hab den jetzt mit ein bisschen Wasser verdünnt. Das öffnet vielleicht den Alkohol und ein paar andere Aromen können dann noch sich ihren Weg bahnen. Jetzt durch das Wasser wird er trüb. Ist nicht kühl gefiltert, der ist auch nicht gefärbt. Jetzt trübt er ein durchs Wasser und jetzt ist er wirklich klar. Sieht er hier aus, wie man sich Wasser aus der Regentonne holt. Jetzt riecht er ein Stück weit nach Kunststoff, so nach PVC-Boden. Habe ich oft bei jungen rauchigen Whiskys, dass sie dann so umschlagen in so eine Kunststoff-Plastiknote. Danach riecht er jetzt. Und mit dem Wasser muss ich sagen, verliert er in der Nase. Jetzt riecht er so ein bisschen, so wie man in eine Gärtnerei reingeht. Die haben ja da so ein Granulat, das sie ins Wasser rein machen, wenn du die Pflanze dann in die Vase stellst, damit die länger lebt. Danach riecht es jetzt. Aber das Wasser hat er ganz klar verloren. Mal gucken im Geschmack. Ich habe ihn jetzt ziemlich angenehm hinbekommen mit dem Wasser. Ja, alles was ich vorher geschmeckt habe, jetzt in viel, 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 viel abgeschwächter Form. Also das ist ein Whisky, der definitiv von seinem sehr, sehr hohen Alkoholgehalt lebt. Wasser tötet den. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr viel Neues daraus geschmeckt. Der lebt eben von seinem Alkoholgehalt. Ja, drei, vier Jahre ist er alt. Von der Insel Isla. Ein stolzer Preis. Die Flasche kostet 70 Euro. Ist heftig für so einen jungen Whisky. Für die Isla Freaks, die auch mal einen Whisky ja quasi in der Basis probieren möchten, der noch nicht viel Fass gesehen hat und mit ordentlich Alkohol abgefüllt ist, ist das hier sicherlich nichts Falsches. Guckt mal nach, wen es interessiert. Der kann sich hier so eine Flasche holen. Ist halt wenig Fasscharakter. Viel Brennereicharakter. Ja, was für eine Brennerei steckt dahinter? Sorgt immer für Diskussionen bei diesen ganzen Abfüllungen von der Insel Isla, die keinen Namen tragen oder einen Markennamen tragen? Ich weiß nicht. So meine persönliche Vermutung geht vielleicht dahin, dass es ein junger Artbag ist. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!